Jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Emma, kommst du? Wir müssen los. Ja, ich komme, Mama. Lara, kommst du? Wir müssen los. Ich komme, Mama. Juhu, die Gäste sind da. Hallo, kommt rein. Kinder, es gibt Essen ab an den Tisch. Ja, Essen. Ihr dürft jetzt noch. Was spielen? Ich gehe schon zu Bett. Wollen wir in meinem Zimmer Wahrheit oder Pflicht spielen? Oh, ja. Super Idee. Dann kommt. Los. Los. Ich nehme Luna. Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Okay. Gehe auf den Balkon und schreie, du alter, blöder Miss Käfer. Du alter, blöder Miss Käfer. Du alter, blöder Miss Käfer. Wer war denn das? Ach, egal. Ich nehme Lara. Wahrheit. Wahrheit. Hast du schon mal Kaffee getrunken? Ja, als ich mit Ella eine Übernachtungsparty machen wollte. Ich nehme Steffi. Pflicht. Gehe zu der Balkontüre, wo Ellas Eltern schlafen und klopfe dort dreimal an der Balkontüre. Okay, bin gleich wieder da. Da kommt sie. Wer war das denn? Oh nein, Bobby ist aufgewacht. Wenn ich den erwische, der wird morgen die Küche putzen dürfen. Hier bin ich wieder. Habe ich mich erschrocken, als sie so rumgebrüllt hat. Ich nehme Marlene. Ich nehme Wahrheit. Hast du schon mal deine Mama geärgert? Ja, ich und Papa, Luna und Ella haben meine Lukas-Creme mit Seife ausgetauscht. Ich nehme Ella. Ich nehme Pflicht. Gehe auf den Balkon und singe laut, die Schafe machen Haier. Die Schafe machen Haier im schönen Mondenschein. Sie liegen auf der Wiese und schlafen ganz schnell ein. Ich nehme Sunna. Ich nehme Pflicht. Ich nehme Pflicht. Nimm eine Wasserbombe und schmeiße sie vom Balkon runter. Und weg mit dir. Jetzt kann ich im Garten meine Mütze suchen. Oh Mann, was für ein Mist. Ah, ist das kalt, wenn ich den erwische. Oh, das war Onkel Freddy. Lasst uns schlafen gehen. Ja, kommt. Alle in ihre Zimmer. Endlich schlafen alle Kinder. Hallo zusammen. Das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Spielt ihr auch gerne mit euren Freunden. Ich schon. Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr bei Ella klickt, könnt ihr unseren Kanal abonnieren.